Dieses zum Kauf angebotene renovierungsbedürftige Fünfzimmer-Einfamilienhaus befindet sich im Odenwaldkreis. 1961 wurde dieses Drei-Etagen-Haus erbaut. Das Haus verfügt über zwei Parkplätze. Es hat drei Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von circa 787 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von circa 114 Quadratmetern. Das Gebäude hat einen Kaufpreis von 119.000 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.